hallo ihr lieben es ist soweit es ist wieder mal monatsende und im juni haben wir dieses tolle lego set exklusiv aus dem legoland für euch geholt haben wir zur verlosung freigegeben und ich würde sagen wir schauen jetzt einfach mal wer dieses schöne lego set bekommt na gut wenn er schon rausfällt dann nehmen wir den doch mal und es hat gewonnen die namen werden immer besser so herzlichen glückwunsch du hast dieses lego set gewonnen wir werden dich markieren anschreiben und den rest erledigen wir dann intern würde ich mal sagen so meine lieben also das war für juni ich weiß nicht fandet ihr es gut oder nicht mal was vom lego zu verlosen schreibt uns das einfach in die kommentare was ich lieber playmobil oder lego oder wir mussten immer wieder mal durch so gut das war jetzt juni und für juli dachten wir uns kommt jetzt mal wieder was anderes was größeres und zwar habe ich hier moment ist die kamera zu klein von playmobil novelmore dachten wir uns wir verlosen diesen tollen zeppelin mit jede menge extras sogar möglichkeiten zum schießen was für die jungs natürlich ideal ist aber auch mädchen können bestimmt ihren spaß damit haben ja vielleicht steht der ein oder andere geburtstag an oder einfach so als dankeschön je nachdem wer lust hat würde ich sagen nimmt wieder an unserem gewinnspiel teil falls ihr nicht wie es funktioniert einfach ein abonnen kommentar hinterlassen und ende juli wird dann ausgelost wer dieses tolle set bekommt ich wünsche euch wie immer ganz viel glück und wir hören uns ende des monats bis bald bis bald